So ihr Lieben, ohne Stativ geht das echt schlecht, aber ich dachte mir, ich will euch mal zeigen, was ich hier so treibe. Und zwar bin ich gerade am Perlenmachen. Und das ist mein erster Wurm. Hätte ich jetzt noch Rot, würde ich eine Schlange draus machen. Ich werde, denke ich mal, beim nächsten Mal Perlenmachen, das Stativ aufstellen und werde euch dann mitnehmen. Und dann könnt ihr euch mal richtig angucken, wie so eine Perle entsteht. Wenn ihr Interesse daran habt, lasst mir einen Daumen da und schreibt mir das in die Kommentare und dann folgt das nächste Video auf jeden Fall aus einer besseren Perspektive und nicht aus so einer Wackelhand. Jetzt kommt die Perle zum Abkühlen in den Reiskocher und dann hoffe ich mal, dass sie nicht platzt. Macht's gut, ihr Lieben!